So kommt es hier ein Aufbau Kunuka, aufgebaut direkt auf das Fahrzeug, auf dem Fahrzeug an. So kommt es hier ein Aufbau Kunuka, aufgebaut direkt auf das Fahrzeug, auf dem Fahrzeug an. Zur Entsorgung auf Friedhöfen. Die Kürme, die hier aufgenommen werden, haben Fassungsvermögen zwischen 400 und 700 Liter. Der Aufbau verfügt über eine eigene Verdichtung von der Bauart Pendelino. Das heißt, das Presschild, was im Inneren verbaut ist, ist Pendel-Gelagert, sodass das Behältervolumen von 3 Kubik, was ich aufnehmen kann, erweitern kann. Ich könnte hier 12 Kubikmeter lose Grünabfälle aufnehmen und sie, wie gesagt, zusammenreißen. Die Entleerung des Behälters beschied mittels des Presschildes nach hinten. Ja, wir haben mehr über den Friedhofsentsorgungsaufbau der Technik.